Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch ein geht gut. Momentan traden wir bei ungefähr 17.160 Rest-Dollar. Ja, erst einmal ein großes Sorry. Die zwei Trades, die ich gestern in die Gruppe gehauen habe, hier in der Chart-Analyse-Gruppe, sind leider in den Stop-Loss gelaufen. Zwar knapp, vor allem Ethereum sehr, sehr knapp, aber trotzdem, Fehler muss man eingestehen. Deswegen ein riesen Sorry. Wir werden das jetzt auch gleich nochmal analysieren, wieso, weshalb, warum. Vielleicht war ich einfach wieder ein bisschen zu gierig, den Fehler hatte ich schon mal. Aber wie gesagt, darüber werden wir gleich auf jeden Fall sprechen. Ansonsten gucken wir uns noch ein paar News an. Wir gucken Bitcoin Ethereum an. Und bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommt gerne trotzdem in die Talk- und Signalgruppe rein, wenn ihr darauf Bock habt. Und gerne einen Kommentar mit euren Altcoin-München da lassen. Gut, und jetzt, wie gesagt, starten wir durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 17.160 US-Dollar. Aber was war die Idee, um mal ganz kurz darauf sprechen zu kommen, was war die Idee hinter dem Trade gestern? Also, wir hatten ja unseren Abverkauf, hatten dann hier die Ineffizienz. Die hatten wir hier genau bei, warte, jetzt muss ich es nochmal ganz kurz raussuchen, hier bei 17.062 US-Dollar. Das war ja unser Entry, wo ich zumindest gesagt habe, okay, hier möglicher Short auf jeden Fall im Bereich des Sinnvollen. So, dann hatten wir ja gleichzeitig hier noch, wenn wir das Fibonacci Retracement Level von unserer Abwärtsbewegung ziehen, auch noch. Und der Stop-Loss war dann hier in der Region ums 0.786er Fibonacci Retracement Level. Das hat natürlich Sinn gemacht. So, was ich jetzt aber eigentlich hätte machen sollen, wäre wahrscheinlich gewesen, okay, wir ziehen von der gesamten Bewegung bis darunter, sage ich jetzt einfach mal, unser Fibonacci Retracement Level. Also, von hier, da hätten wir einen Stop-Loss hier in die Region um 17.250, 17.260 US-Dollar legen sollen. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, beziehungsweise man lernt aus seinen Fehlern. Des Weiteren befinden wir uns in einem übergeordneten Abtrend. Dafür gehen wir mal ganz kurz zu dem 4-Stunden-Shart, daran hat sich nichts geändert, also das sieht man hier ganz schön. Der Abtrend ist weiterhin intakt. Also, vielleicht einfach zu viel Risiko gestern gegangen, wer weiß das schon, probieren oder 100% Trades wird man niemals schaffen, aber trotzdem, kleine Entschuldigung von mir, beziehungsweise einfach nochmal die Erklärung, wieso, weshalb, warum. Ja, und jetzt, wie gesagt, 17.160 US-Dollar. Wir haben heute noch wichtige Zahlen, die auf uns warten, und zwar die VPI-Daten. Die Prognose liegt ja bei 7,3%, vorherigen waren 7,7%. Wir haben aber Erzeugerpreise, die deutlich höher waren als prognostiziert. Also, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wie wird jetzt der Markt darauf reagieren? Also, sollten die Inflationsdaten geringer sein, also, ich sage jetzt mal, deutlich geringer, vielleicht sogar die 6er-Marke knacken, wäre das Bullish für den Markt. Kriegen wir jetzt nur die 7,3%, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so positiv aufgenommen wird, weil dann ist es einfach nur, okay, das wurde erwartet, passt alles. Für die FED-Sitzung morgen, werden wir morgen übrigens einen Livestream machen dazu noch, um, denk mal, 20 Uhr, also 19.30 Uhr herum. Wäre es eigentlich besser, wenn die Zahlen deutlich geringer wären. Ansonsten sollten die höher sein, aufgrund der Erzeugerpreise, wo ich jetzt eben schon gerade angesprochen habe, müssen wir natürlich darauf achten, ob uns das ganze Ding hier nicht um die Ohren fliegt, dann hätten wir den ersten Support bei ungefähr 16.565, hier die Ineffizienz in diesem Bereich hier oben, plus unser Vektor, der hier noch wäre und der zweite Support würde dann erst hier unten, also ich rede jetzt gerade von starkem Support, wäre dann erst hier unten, wo der zweite Vektor liegt, bei ungefähr 15.800, ich sage jetzt mal grob, 50 US-Dollar. Hier haben wir auch noch so eine kleine Ineffizienz bei 15.840 US-Dollar, die ziehe ich jetzt hier ein bisschen mal hoch, dessen die Zonen, auf die es momentan zumindest ankommt, sollten wir wieder erwarten, dass die Zahlen komplett bullisch sind, ganz ehrlich, dann können wir hier auch nach oben hin ausbrechen und dann knacken wir hier in Richtung 18.000 bis 18.300 US-Dollar hier oben, dieses letzte High auf jeden Fall noch, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das wäre dann der erste Anlaufpunkt vom Trend her, würde es passen, wir befinden uns in einem Abtrend, das müssen wir ganz ehrlich dazu sagen, je nachdem wie man das jetzt sieht. Und ansonsten haben wir hier auch, wenn wir jetzt die Zonen hier noch ein bisschen weiter rüberschieben, noch eine Art Ascending Triangle, das heißt ein bullisches Triangle, was wir hier noch bilden würden, wir können uns mal ganz kurz das Preisziel angucken, aber ein bisschen pessimistischeres Preisziel bitte, dann würden wir hier oben auch bei ungefähr 18.200 US-Dollar landen. Also es passt schon ganz gut, einerseits Chart-Pattern überein, andererseits da oben mit unserer Widerstandszone, sollte es wirklich ein bullisches Breakout geben, dann mal hier oben gucken, ob wir hier oben einen neuen Short probieren. Ansonsten würde ich jetzt erst einmal abraten, davon um 14 Uhr, beziehungsweise vor 14.30 Uhr hier irgendwelche Risky Trades einzugehen. Das Risiko ist einfach viel, viel zu hoch, dass man hier komplett rackt wird. Eventuell dann einfach spontan nochmal reingehen, aber ich würde es ganz ehrlich, ich würde es einfach nicht empfehlen. Müssen wir jetzt erstmal abwarten. Ich habe noch eine Long-Position bei ungefähr 16.100 oder sowas offen, also auch da unten in diesem Bereich. Die lasse ich laufen. Der Short bei 17.370, der bleibt auch weiterhin offen, weil sollten die Zahlen nämlich negativ sein, dann rechne ich hier unten bis auf ungefähr 15.560, was wir eben gerade angesprochen haben. Da werde ich dann auf jeden Fall den Short schließen und parallel nochmal eine neue Long-Position aufmachen. Und ja, so viel gibt es jetzt erstmal noch zu Bitcoin. Was man noch ein bisschen mal mit reinbeziehen kann, Gründer von FTX-Pleite, Sam Bankman-Fried wurde jetzt doch festgenommen. Endlich mal. Also zumindest wird es überall in den Medien, sogar in den normalen Medien, im Fernsehen wird darüber schon gesprochen und so. Ja, wurde auch mal Zeit. Ich frage mich nur, warum sich das so lange gezogen hat, der ganze Mist hier, aber gut. Wollte ich nur nochmal weitergeben, ansonsten gehen wir zurück zu den Charts, zu irgendwas Wichtigen als so einem Idioten hier. Ja, Ethereum, gleiches Spiel auch hier, minimal ausgestoppt worden, um 2 Dollar. Da hat es komischerweise, aber da haben wir ja gestern schon in der Gruppe drüber gesprochen, dass die Möglichkeit eher bestünde, dass ich glaube, dass BTC abgeholt wird, Ethereum nicht. Ethereum wurde dann abgeholt. Ja, und dann um 2 Dollar ausgestoppt. Also sowas ist halt natürlich wieder übel ärgerlich, weil hier hat der Stop-Loss eigentlich ziemlich gut gegriffen. Jetzt mal ganz kurz gucken. Hier nochmal, wir sind übers 0,786er, wo ja unser Stop-Loss drüber war. Vielleicht hätte man auch hier sagen können, okay, Manu, zieh es doch einfach von unserem kompletten Hoch drüber, dann wäre es so nicht ausgestoppt worden. Wir werden erst hier oben im Golden Pocket rein. Im Nachhinein lässt sich das immer easy sagen, für mich ging es einfach nur um die Ineffizienz, für mich ging es um den Pump, der für mich nicht wirklich nachvollziehbar, beziehungsweise hier diese Erholung ist für mich weiterhin nicht nachvollziehbar, auch wenn hier sehr, sehr viel Volumen reingekommen ist. Spricht für mich trotzdem eher nochmal für sinkendere Kurse. Außerdem ist das Golden Pocket hier unten weiterhin unser größter Support hier in diesem Bereich, den meines Erachtens auch noch geholt werden sollte. Deswegen halte ich mich jetzt hier auch erstmal fern. Wie gesagt, heute Morgen einfach mal ein bisschen Abstand nehmen und jetzt nicht unbedingt in jeden Trade reinrennen. Sollte es irgendwas geben, wie gesagt, werde ich euch natürlich in beiden Gruppen auf den Laufenden halten. Dann nochmal ganz kurz einen Blick zu B&B. Hier, auch hier, nicht wirklich gut gestern gewesen. Also muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten ja hier unsere Order drin, beziehungsweise auch wegen den News, da war es dann eh schon so. Ich habe schon gesagt, mir gefällt es nicht. Also diese ganze Bewegung, klar, die Order wurde dann getriggert, war dann auch ewig hier auf hin und her. Natürlich war hier ein Haufen B&B-Fat dann auch noch mit drin. Wer weiß, ob es wirklich fatt ist. An jedem Vater ist irgendwie, was war es dran oder so. Aber gut. Hier befinden wir uns momentan beziehungsweise bei 267 US-Dollar. Wir haben die erste Ineffizienz hier unten rausgenommen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sind bis zum 0786er gekommen. Trotzdem für mich weiterhin kein Long-Szenario. Ich würde dann sogar eher hier unten auf die 256 spekulieren. Je nachdem, wie auch die Zahlen heute sind. Müssen wir mal gucken, weil wir hier unten eben noch eine Ineffizienz haben. Wir haben hier unten noch einen Vektor abzuholen. Also es spricht momentan zumindest mehr hier unten für die Region Longs auch hier erstmal Abstand nehmen. Also momentan, Wochenstadt war einfach beschissen, muss man ganz ehrlich sagen. Zwei Setups, zwei absolut in die Tonne getreten. Aber gut, was wir mal machen. Wie gesagt, 14.30 Uhr, darauf kommt es jetzt heute an. Morgen um 20 Uhr dann die FED-Zinsentscheidung. Darauf kommt es dann auch noch zusätzlich an. Und dann mal in Ruhe alles Revue passieren lassen, wie es dann der Markt bis dahin. Ich würde momentan jetzt erst einmal von überhasteten Trades Abstand nehmen. Gut, dann gibt es sonst noch irgendwelche News. Ne, VPI hat nochmal besprochen. Ansonsten nochmal ganz kurz bei Kryptoguru vorbeischauen. Und da haben wir nämlich auch dann schon Binance reagiert auf Vorwürfe der Geldwäsche. War ja dann gestern, ich glaube, ja, nachmittags war das, glaube ich, wo dann wirklich Reaktionen kamen. Ja, Reuters hat berichtet, Staatsanwaltschaft ermitteln und bla bla bla. Binance hat es dann wieder revidiert auf Twitter. Aber gut, wie gesagt, an jedem Gerücht ist möglicherweise etwas dran. Also es gilt auch hier, not your keys, not your coins. Haut euer Zeug von Binance, von irgendwelchen anderen Börsen einfach runter. Damit seid ihr safe. Holt euch einen Ledger, holt euch eine Bitbox. Das war jetzt mein Ratschlag für euch. Ansonsten, eventuell, wenn ich schaffe, 14.30 Uhr doch nochmal ganz, ganz kurzer Livestream. Weiß ich aber noch nicht, kann ich nicht versprechen. Ansonsten morgen Abend auf jeden Fall Livestream. Machen wir safe zu den Zahlen. Und ja, kommt gerne in die Telegram-Gruppen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir hören uns dann, ich glaube, heute Nachmittag. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, entweder heute Nachmittag oder spätestens dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.